Unser schönes Erzgebirge. Dichte Wälder. Und der Erzabbau gab dieser schönen Region ihren Namen. Es gibt hier aber auch noch einen anderen Schatz. Das Holz. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Forstleute und mich beim Holzeinschlag begleiten würdet. Seid gespannt. Auf einen neuen Film in meinem Kanal. Bis bald. Bis bald!